Liebe Freunde der Nahe Halle Oberschleißhain, herzlichen Glückwunsch zu eurem 30-jährigen Bestiehen. Schade, gerne wären wir bei euch aufgetreten, hätten uns getroffen mit den Männerballen und den OTF-Kids. Ihr bei uns und wir bei euch. Aber umso mehr freuen wir uns dann auf die Saison 2022. Passt auf, bleibt gesund, euer Archie von den OTF-Kids mit der Prinzessin Melina der Ersten und Prinz Hannes dem Ersten.